Wir stehen wieder vor dem Tor des Windes, wie wir es im letzten Part taten. Doch dieser Dungeon ist abgeschlossen, meine lieben Freunde. Und damit willkommen zurück bei The Legend of Zelda Minished Cap. Oh yeah, im letzten Part haben wir diesen Dungeon abgeschlossen. Komplett. Und wir haben die Mario-Fans-Show dort bekommen. Und die Ocarina des Windes. Die als Schnellreise. Oh ja, als Schnellreise. Wir können es jetzt das erste Mal testen. Im ersten Part haben wir es noch nicht gemacht. Jetzt können wir es eigentlich mal machen. Ich würde es euch nämlich gerne mal zeigen, aber ich müsste erstmal die Anordnung wieder richtig machen. So, sehr schön. Und jetzt, ihr seht, wir spielen und der Vogel grippt uns. Und wir haben ja die Karte vor uns. Einfach nur genial. Und jetzt können wir uns hier die ganzen Orte auswählen, wo wir hinfliegen wollen. Dann fliegen wir einfach mal hier hin. Ich sagte, wir fliegen da hin. Ich habe hier die falsche Tasse gedrückt. Fass mich, das ist scheiße. So. Dahin. Zu diesem Wind mal reisen? Ja. Ah, diese rätselhaften Male überall. Das sind die Wegweiser für die Vögel, die den Besitzer der Ocarina tragen. Das heißt, der Vogel trägt uns zu den Windmalen, die wir kennen. Hast du das verstanden, Robin? Na, wenn du es ausprobierst, wirst du schon sehen, wie es funktioniert. Ja, ja, jetzt wissen wir auch, wie das... Habe ich das auf der falschen Position? Ey, sag mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte hier gerade irgendwie ein Handicap. Aber ich habe das Schwert immer da gehabt. So. Wie auch immer. So. Ähm. Genau. Jetzt wissen wir, wofür diese Windmähler sind. Windmale, Windmähle, ich weiß nicht, die Mehrzahl jetzt nicht davon. Jedenfalls können wir uns mit den so diesen freigelegten Dingern da porten, die wir immer... Die immer explodiert sind und Edsono sich so erschrocken hat. Und das ist sehr schön, dass wir es gemacht haben. Und wer ist denn das da oben? Wer bist du denn? Grüne Mütze? Grünes Outfit? Bist du vielleicht deine Fee? Hm, wie schön, wie schön. Ich will auch eine Fee werden. Ich habe ein Glücksfragment. Du auch? Wollen wir Fragmente vereinen? Ja, wollen wir. Du willst Fragmente vereinen? Da, probieren wir. Genau, das ist Tingel. Den kennen wir wahrscheinlich wieder. Tingel, Tingel, Kudu Limpa, sag ich nur. Der stammt auch aus, äh... Hier aus Minish Cap kommt der vor. Dann ist er noch in, äh... Majora's Mask zu finden. Und hat er auch noch eigene Spiele. Tingels, Rusty, Rupee Land und noch ein anderes, welches ich gerade vergessen habe. Aber... Oh Mann! Ich will Fragmente vereinen. Ich verwechsel immer die Zahl. Ihr wisst gar nicht, was das... Was das... Wie das aufregt. So. Meine Güte. Da. Boots. Die sind die richtigen, Mann. Die passen perfekt. Und jetzt geschieht etwas Tolles. Das glaube ich auch. Ui, was passiert denn da? Ui. Okay. Dann hat ich hier eben von Hyrulewut was freigelegt. Ja, sie passen perfekt zusammen. Jetzt kann ich eine Fee werden. Kudu Limpa. Sehr schön. Und wie er schon einmal kurz erwähnt hat. Das habe ich aber weggedrückt, weil ich kurz geraged bin. Es befinden sich noch mehrere Tingel in ganz Hyrule. Diese müssen wir alle finden. Um die 100% zu erreichen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das in diesem Let's Play machen. Aber das ist ziemlich wichtig dafür, weil die haben alle Fragmente für euch, die auch zu wichtigen Dingen führen. Und ja. Und ich weiß echt nicht, was mit dem los ist. Ich drücke irgendwie die ganze Zeit die falschen Tasten. Dann drücke ich die Tasse zum Item anstatt zum Schwert. Ach, keine Ahnung. So, ich bin jetzt zur Lon Lon Farm gegangen. Weil es hier, nach meinen Erinnerungen nach, konnte man hier etwas machen, wenn man die Pegasus Stiefel hat. Ja, genau. Wir haben nämlich die Pegasus Stiefel seit einiger Zeit. Und wir sind, nachdem wir sie hatten, nicht mehr zurückgekehrt. Wir sind nämlich direkt in die Tabanta Welt gegangen. Und haben dort unsere Sachen gemacht. Und hier glitzert ein Baum. Ihr seht, wenn wir das jetzt machen, putz. Dann fällt die ganze Baumhülle da runter. Weil der so krass erschüttert wird. Und wir können uns hier jetzt schrumpfen. Genau. Und in dem kleinen Zustand können wir uns jetzt einfach durch diesen kleinen Weg, hier zwängen. Einfach hier durchrollen. Hier sind zwar so fiese Gegner, die ignorieren wir aber immer ganz gekonnt. Und hier befindet sich ein Herzteil, meine lieben Freunde. Genau. Vier Zeile geben zusammen einen neuen Herzcontainer. Der Herzteil erhöht sich und du hast wieder volle Energie. Sehr schön. Das sind jetzt sechs, das ist immer sechs, sieben, acht, neun, zehn Herzen. Sehr schön. Das nächste Herz geht in die nächste Herzzeile rein, meine lieben Freunde. Wir haben die erste Herzzeile komplett. Das ist sehr toll. So. Dieses Herzteil haben wir abgehakt. Es gibt noch mehr dieser leuchtenden Bäume in ganz Hyrule. Jedoch weiß ich ihre Position jetzt nicht ganz genau. Ich vermute noch, dass einer von diesen Bäumen in der Nähe des Schriftstellers ist. Da können wir nochmal nachsehen. Ein bisschen rumforschen. Aber vorerst können wir auch nochmal nach Hyrule gehen, weil in Hyrule gibt es glaube ich auch noch ein paar Sachen, die wir zu tun haben. Beziehungsweise eine große Sache. Der König von Hyrule tritt kaum noch, blablabla. Jaja, die Wachen sind alle weg. Oh, ich kriege ganz viel Angst hier. Jaja, das wissen wir alle schon. Ich meine jetzt hier in Hyrule, da war neben dem Schuhverkäufer jetzt ein neuer Laden. Genau hier, der hier, der dürfte offen sein. Genau. Jetzt neu offen und ihr seht, was ist das denn? Hallo, willkommen im Shimarus-Laden. Ich leite dieses außergewöhnliche Geschäft. Soll ich dir erklären, was ich anbiete? Ja, bitte. Nun gut, um es kurz zu sagen, bei mir kannst du deinen Mut beweisen. Ich ermögliche dir, im Traum gegen Monster anzutreten. Aber das ist noch nicht alles. Eigentlich ist das fast zu großzügig. Wenn du im Traum siegreich bist, gewinnst du einen Preis. Nun ja, das könnte geschehen. Äh, vielleicht, möglicherweise im Traum. Doch sei gewarnt, du kämpfst zwar nur im Traum, aber streng dich trotzdem an. Verletzungen im Traum sind echt. Du wirst du besiegt, dann... Wer weiß, was dann passiert. Wachst du einen Kampf für 10 Rubine? Oh, wenn sonst nichts ist. Gut, du willst es also wissen. Dann werde ich dich nun beginnen. Sieh mir in die Augen, du wirst müde. Eins, zwei, drei, Marionette nun sein. Der Traum werde wahr. Ach du Scheiße. Und ihr seht, Alter, wir haben ja gerade eine richtige Armee voller Monster vor uns. Das sind richtige... Und ich lasse mich gerade ziemlich auftreffen. Und... Oh Gott. Ich kann mich gerade daran erinnern, meine lieben Freunde. Ich hatte diesen Kampf gemacht, als ich viel mehr Herz natte. Ich bin am Arsch. Ich weiß nicht, ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das dieses Mal schaffen werde. Ich muss auf jeden Fall auch andere Items ausrüsten. Ich müsste jetzt leider mal den Mund halten, weil sonst kann ich mich nicht konzentrieren. So, den habe ich down. Dann kann ich auch wieder zum Bogen wechseln. Oh mein... Oh! Die Dinger sind fies hier. Dann muss ich auf jeden Fall auch meinen Sauger nehmen. Und die loswerden. So, dann nehme ich wieder meinen Bogen, weil die... Der Bogen ist gegen die Viecher effektiver. Zack! Sehr schön. Und von hinten. Sehr schön. Und zack! Tschüss, Mann! So, der nächste da hinten treffe ich leider nicht. Den treffe ich aber. Sehr schön. Noch ein Treffer und... Ausgewichten. Die Wirbelattacke hat gesessen. Das war sehr schön. Ah, der hat mir Rubine geklaut. Scheiße. Schnell den Rot noch einsammeln. Fuck. Die klauen nämlich schnell Rubine. Ist jedoch nicht so schlimm. So, du kommst ran hier. Komm, 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 komm. Auf den drauf. Sehr schön. Sehr nice getroffen. Den Rubinen schnell eingesammelt. Ist sehr wichtig. Na, jetzt schlage ich mich ganz gut. Am Anfang habe ich leider zu krass kassiert. Es tut mir leid dafür. Aber ich konnte mich in der letzten... In der letzten Zeit wieder gut machen. Das Ganze. Und da ist der nächste auch noch down. Sehr schön. Und da zeigte sich unsere neue Kiste mit einem Herzteil. Vier Herzzahle geben zusammen. Einen Herzcontainer. Mit jedem Herzcontainer löst sich deine Herzzahl. Genau. Da haben wir wieder einen neuen Herzcontainer angebrochen. Das freut mich. Und trip. Und, hattest du einen schönen Traum? Dann beehre mich bald wieder. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Dein Traum hat es ganz schön in sich. Aber, das hat sich gelohnt, Leute. Wir haben ein weiteres Herzteil dafür erhalten. Und das ist sehr schön, wie wir alle wissen. So weiteres könnten wir jetzt, was ich eben erwähnt hatte, mal eben nachsehen. Ob da unten beim Schriftsteller wirklich so ein leuchtender Baum ist. Oder, ne, stimmt. Ah, genau, was ich auch noch machen wollte. Sieht mal hier. Wir haben doch im letzten Part da, wo dieses Tor ist, da haben wir was freigelegt. Da sind die Dornen ja weggegangen von diesem Baum, weil wir ein Glücksfragment vereint haben. In der Tabanta-Welt. Und da kamen wir jetzt ja noch nicht hin. Weil wir da ja noch nicht hinkonnten, weil wir in der Tabanta-Welt waren. That's logic. So. Ich weiß gar nicht, wie es mit dem Schwertmeistern gerade aussieht. Ich bin jetzt diesem Tag nicht so ganz informiert, was ich machen muss. So, jetzt gehen wir aber mal hier runter. Und hier ist ein Dekohändler. Sehr interessant. Den können wir auch erstmal ausschalten. Beziehungsweise zum Reden bringen. Tut mir leid wegen der Nuss. Ich verkaufe dir auch ein Glücksfragment für 100 Rubine kaufen. Ja, mache ich. Denn wenn ich für 100 Rubine ein Glücksfragment angeboten bekomme. Danke für den Einkauf. Dann ist es wahrscheinlich was wichtiges. Und der will gleich vereinen. Tut mir leid wegen der Nuss. Ach ja, nein, nein, das möchte ich nicht. Nein, 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 nein. Au, der verkauft nur ein ganz einfaches Rotes. Okay, man kann nochmal kaufen. Ach, nicht so schlimm. Habe ich ein Rotes gekauft, nicht so schlimm. Aber der will auch Fragmente vereinen. Ein ganz normales Grünes. Es kann sein, dass wir dadurch vielleicht was Gutes bekommen. Wo ist das denn? Ach, das ist sogar eine Nähe des Schriftstellers, wenn ich mich nicht irre. Ein goldener Gegner gespawnt, okay. Ja, genau. Das ist sogar ein westlichen Wäldchen, wo ich hin wollte. Sehr schön. Da haben wir gleich noch ein Ziel. Sie passen, sie passen. Jetzt passiert ja was Gutes. Ja, genau. Dann können wir den goldenen Gegner gleich versuchen zu erledigen. Aber das dürften wir eigentlich schaffen. Dann können wir uns gleich doch ansehen, ob da jetzt noch ein leuchtender Baum war oder nicht. Wisst ihr, ich habe immer so Gedanken. Ich will so, eigentlich bin ich mir nicht sicher. Ich will nicht hundertprozentig sagen, ja, ich mache jetzt hier hundertprozentig. Aber bei mir ist bei Zelda so, eigentlich mache ich das. Aber bei Minish Cap ist so eine Sache mit den ganzen Glücksfragmenten und vor allem, dass es ein LP ist, ist es ziemlich kompliziert. Aber ich kann es einfach nicht ausschalten. Ich muss nach jedem Dungeon so ein paar Sidequests machen. Man kann das nicht auslassen. Das kann man in Zelda einfach nicht. Da fehlt irgendwas dann. Das macht einfach so, so lange, wie es mir und euch Spaß macht. Ihr müsst in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Und ja. Ich spiele nämlich mit euch, Leute. So, da haben wir diesen scheiß Raben. Und dann wird mich natürlich jetzt richtig dumm treffen lassen. So, hier sind wir im westlichen Wäldchen und da ist dieser scheiß goldene Gegner. Okay, da hat... Oh, ja, ja, der schießt drei von diesen scheiß Kugeln. Alter. Okay, dann habe ich gerade gut in der Zwänge. Und das Doofe ist, dass dieser scheiß Sperrtypi auch direkt ankommt hier. Der drückt mich auch sogar in die anderen Ausgänge rein. Das müsst ihr euch mal geben, ey. Das ist ein richtiger Bastard. Und ich lasse mich auch echt troffen. Sehr schön. Der ist tot und wir haben 100 Rubinen erhalten. Dann war das schon mal wieder wett, dass wir das Glücksfragment von dem gekauft haben. Du stirbst auch noch. Ja, ich habe wieder zu viele Herzen verloren. Ja, ich weiß nicht. Ich kann es eigentlich immer nur auf die Tastatur schieben. Weil in meinem alten Durchgang war es auf gar keinen Fall so. So, hier können wir uns klein machen. Waren wir schon in dem Haus dessen Mindest da? Mal eben schauen. Der will Fragment vereinen. Okay. Oh, können wir sogar. Sehr schön. So, was hast du für uns anzubieten? Okay, direkt neben seinem Haus. Lol. Okay. Sehr interessant. Das werden wir gleich mal überprüfen. Die Fragmente passen zusammen. Vielleicht passiert etwas Gutes. Das befürchte ich, weil was ist da denn bitte passiert? Eine riesige Ranke ist in den Himmel gewachsen. Was hat es mit dieser Ranke auf sich? Können wir da hoch? Da können wir hoch. Wo führt die denn hin? Oh mein Gott. Guckt euch mal an, wie episch der Ausblick hier ist. Ist ja richtig geil. Ui. Rote Rubine. Und eine Kiste mit... einem roten Glücksfragment. Lol. Wir sind einfach mal auf den Wolken. Ist ja geil. Vor allem die Wolken im Hintergrund ziehen so vorbei. Ist ja richtig cool. Okay, das habe ich aber gar nicht in Erinnerung vom Original. Also vom ersten Durchspielen. Oder ich habe es einfach vergessen. Aber ist ja richtig geil. Sehr cool. Haben wir was ganz Neues entdeckt. So, als nächstes... Kann ich mal eben schauen. Da habe ich nämlich ein bisschen vor dem Part drüber nachgedacht. Weil man mit Ocarina ja so einiges anstellen kann. Jedoch bezweifle ich. Da ist der Hyliasee genau. Da kann ich mal kurz hin... Oh, falsche Taste. Da kann ich mal kurz hin. Weil... Ja, ja, genau. Da will ich hin. Da ist nämlich ein Mahl, welches... Ach, direkt frei wollen. Jetzt habe ich mich... wieder einen Vogel gerufen. Das wollte ich aber nicht. Und da ist ein Haus von einem Minish. Da können wir gleich auch klein werden. Und da mal reingehen. Hier in der Nähe ist übrigens der nächste Tempel. Genau da rechts oben. Dieses eisähnliche Gebirge klein da. Da müssen wir wieder als Minish rein. So, der will wieder Fragmente vereinen. Ein rotes. Was wir sogar da haben. Und ich wieder weggeklickt habe. Ey, das ist der größte Fail in diesem... LP. Dass ich immer diese scheiß Dialoge wegklicke. Und ich die Tasten mal verwechsel. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Was passiert denn Wunderbares? Oh, eine Ranke wird frei. Weil ich bin gerade immer gefragt, wo die ist. Ach, auch im westlichen Wäldchen. Hätten wir gleich da bleiben können. Mit einer Frühe machen können. Egal, da gehen wir auch dann nochmal hin. Ja, die passen doch. Wunderbar, wunderbar. Was hast du noch zu sagen? Na, nur ein Gast. Welche Ehre. Welche Fragen du hast. Frag mich, frag mich. Ich weiß alles, wie du willst. Den Tempel, den man von See aus sieht. Es gibt einen Minish, der den Tempel vor langer Zeit einmal betreten hat. Er hieß Lexta und lebt in den Büchereien der Stadt. Die Bücherei müsste bald aufmachen. Geh doch mal hin. Genau, wir müssen storytechnisch auch wieder nach Hyrule Stadt. Hyrule Stadt. Ist aber kein Problem. Jetzt können wir eigentlich zurück ins westliche Wäldchen. Ach, kacke. Das hätte ich jetzt verschieben können, oder? Ach, keine Ahnung. Ähm, weil da ja gerade was aufgetaucht ist. Da ja eine Ranke weggegangen ist. Ich weiß gar nicht. Haben wir da einen Porter hin? Das westliche Wäldchen? Wo vielleicht hinkommen? Ja, wir können uns hier importen. Genau. Ich warte jetzt ein bisschen, damit ich auch die richtige Taste treffe, Mann. So, damit das nicht nochmal passiert. Ey, sag mal. Was ist denn los in diesem Part? Besteht ja nur aus Clickfails. Was ist das für die Hölle? Ich weiß gar nicht. Wo muss ich eigentlich als nächstes? Zu welchem Schwertmeister muss ich eigentlich hin? Weil es gibt ja immer mehr Schwertmeister. Den größten haben wir ja schon getroffen. Der lebt... War das nicht in Tabanta? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, da war der größte Schwertmeister, den es gibt. Also den stärksten. Aber bei dem können wir noch lange nicht trainieren. Ich weiß gar nicht. Wir haben jetzt ja die Ocarina und den, äh... Und die Maulwurfshandschuhe ergattert. Vielleicht bringt uns das ja irgendwas. Und hier ist ein Herzteil drin. Ha, sehr schön. Ein weiteres Herzteil. Ich habe schon drei Herzteile in diesem Part. Da würde ich jetzt schon zufrieden mit sein. Wir haben jetzt zwei, ne? Jetzt brauchen wir noch zwei weitere. Dann haben wir wieder einen Herzcontainer. Als nächstes könnten wir einem bekannten Ort wieder mal einen Besuch abstatten. Ja, einen bekannten Ort, den wir alle oft genug schon gesehen haben. Aber da gibt es immer viel zu tun. Ich meine natürlich... Die Zurücktaste! Auf ein weiteres. Ich meine natürlich den Gongolberg. Nämlich hier befindet sich natürlich Melters Mine. Jedoch hat Melter ein Fragment zu vereinen. Wenn er hier wäre. Lol. Wo ist denn bitte Melter? Eigentlich müsste der hier sein. Ich weiß nur noch von, äh... Damals... Okay, da ist Melter in seiner Schmiede. So, der will einen Fragment vereinen. Sag mal, was willst du denn für einen Fragment vereinen? Das haben wir sogar hier. Das haben wir sogar hier. Sehr schön. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Ui, das ist ja mitten auf dem Gongolberg. Schon wieder eine Ranke in die Luft. Da werden wir auch noch hingehen jetzt. Oh, kacke. Das ist ja ganz oben, ne? Ja, das ist an der Gongolwand. Okay. Na, das passt doch. Wunderbar. Ja, ja, ja. Sehr schön. Ähm... Okay, dann müssen wir wieder an die Gongolwand und nach ganz oben. Da, wo die Fee auch haust. Mit ihren... Äh... Von der wir die... Rubintasche oder Bombentasche? Ich weiß es gerade gar nicht bekommen haben. Ich... Nee, Bombentasche haben wir, glaube ich, bekommen. Von der genau Bombentasche. Genau da müssen wir jetzt hin. Ungefähr in die Nähe. Ich hoffe, dass ich richtig gehe. Ich glaube, ich gehe richtig. Ich gehe richtig. Hier runter und dann dürfte es hier hochgehen. Genau. Und ja, genau. Hier kommen schon die Steine. Dann können wir aber ausweichen. So, jetzt einfach hier schräg lang. Genau, da war die Fee, da rechts. Aber da haben wir uns schon drum gekümmert. Dann wohnt ja da noch dieser Berg-Eremit, ne? Haben wir mit dem eigentlich schon die Fragmente vereint? Müssen wir nochmal eben gucken. Ich kann mich, glaube ich, noch erinnern, dass die Fragmente bei ihm nicht gepasst haben. Oder wir keinen... Ja, wir halt keins hatten. Was zu ihm passt. So, eben schauen. Genau, jetzt... Ach, stimmt! Ah, das habe ich total vergessen. Da wir jetzt diese Grab-Clown haben, ermöglichen uns ja ganz viele neue Wege. Stimmt! I forgot totally. Wir können ja jetzt durch diese, äh, Dinger hier durch. Diese Gelee-artigen Tore. Uns hier reinbuddeln. Und dann sind das hier Innenräume. Genau, das habe ich total vergessen. Schade, dass ich das vergessen habe. Wenigstens wissen wir es jetzt. Und da ist ein Herzteil. Ihr seht, kommen wir da dran? Komm schon, ich will da dran kommen. Das doofe ist, dass er jetzt wieder so ein scheiß Elektro-Ding ist, ne? Aber ich glaube, wir kommen da sogar dran, wenn wir es richtig machen. Aber ich gehe gerade komplett in die falsche Richtung. Aber ich buddle mich hier trotzdem mal durch, weil es mich interessiert, was hier ist. Wieder ein Schleim. Zwei Schleime. Zwei tote Schleime. Egal, dann haben wir das ja schon mal safe hier. Ist schon mal nix. Aber man muss doch wohl zu dem Herzteil hinkommen. Also bitte. Doll. Wie hat mich das gerade bitte nicht getroffen? Egal. Ah, gut, man kommt zum Herzteil. Sehr schön. Ey, wenn es mich nicht irrt. Also, es kann mich innen, aber es kann sein, dass wir schon in diesem Part die zweite Herzleiste anfangen. Uns fehlt noch ein Herzteil. Das wäre ja mal richtig nice, wenn wir jetzt noch eins finden. Und vielleicht war diese Ranke, die uns da hochführt, tatsächlich ein weiterer Weg zu einem Herzteil. Die durch Melters Glücksfragment freigelegt wurde. So, genau, hier wollten wir nochmal gucken. Haben wir jetzt eins, was zu seinem passt? Haben wir. So, das können wir jetzt, diesmal können wir mit ihm vereinen. Ui, wo ist das denn? Dein Schatten goldener Gegner, wenn nicht richtig, oder? Ne, ne Kiste. Okay, wo ist das? Ach, in Hyrule Stadt, da oben? Ach, du Scheiße. Okay. Ja, Hyrule Stadt, das ganze Gebiet, da werden wir uns später drum kümmern. Ich glaube, wir werden uns erstmal um diese Gänge, um diese Gelee-Gänge, wo wir gerade drin waren, auch nochmal in ganz Hyrule kümmern. Weil die ganz wichtig sind. Und hier geht's jetzt hoch. Davon gibt's nämlich richtig viele. Und da kann ich mich auch noch erinnern, dass einige Glücksfragmente von uns diese freigelegt haben. Und es ist sogar wahr, hier ist sogar wirklich ein Herzteil. Und wir haben die maximale Rubin-Zahl, by the way, 999. Aber ein Herzteil erhalten. Vier Herzteile geben, zusammen einen neuen Herzcontainer, der Herzteil erhört sich und du hast wieder volle Energie. Und das ist unser erstes Herz in der nächsten Leiste, man. Ist das nicht geil? Oh, scheiße, man. Wir haben zwei ganze Herzen in diesem Part bekommen. Richtig toll. Wir haben so richtig Fortschritte gemacht. Geil. Geil, geil, geil. So. Als nächstes hab ich, glaube ich, nix mehr für diesen Part gedacht. Aber ich weiß gar nicht, wie lang der ungefähr ist. Ich glaube, das ist schon so 20 Minuten. Aber der letzte Part war schon so lang. Dann kann man den auch noch ganz kurz länger machen. Wenn wir schon mal bei diesen Gelee-Dingern drüber denken. Der nächste Part wird eh wieder ein bisschen, glaube ich, ein bisschen Nebensache sein. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon in den nächsten Tempel gehen. Aber höchstwahrscheinlich nicht. Wie auch immer, ich glaube nämlich, dass in der Tabanta... War das in der Tabanta-Welt? Moment, bin ich mir da sicher? Ich muss nur noch mal überlegen. War das in der Tabanta-Welt? Ich glaube, wir haben da in der Tabanta-Welt was freigelegt. Wir müssen... Boah, ich bin gerade ganz scharf am Nachdenken. Och Mann, ich drücke mal das Falsche an. Jetzt muss ich wieder die ganze Zeit... So, jetzt hier. Zack, da unten. Da will ich hin. Ja, da hin. Danke. Meine Fresse, ey. Dieses scheiß... Kackzeug. Und warum sind... Du sollst die verdammte Ocarina nicht blowen, Mann. Warum sind die Zyklopen wieder da? Bleiben die nicht tot? Anscheinend nicht. Wie auch immer. Jetzt sind wir wieder hier in der vertrauten Welt und du sollst die nicht... Meine Fresse, ey. Boah, ich raste hier noch aus, ehrlich. Ganz ruhig. Wisst ihr mich, Rick, das ist dieser... Dieses Spiel ist genial. Doch diese Emulator-Steuerung versaut das. Legt den Controller zu. Ja, muss ich noch machen. Tut mir leid. Da zum Beispiel ist so ein Gelee-Tor. Da können wir mal rein. Da kommen wir natürlich nicht durch. Wir kommen, glaube ich, hier hoch. Und dann gleich da hinten runter. Genau, hier können wir runter. Und dann da rein. Sehr schön. Dann haben wir da einen weiteren Gelee-Tunnel. Gelee-Tunnel, ey. Auch der Name wieder. Noll. Mit einem Schildschleim. Wenn du uns frisst, unser Schild weg. Aber den schalten wir aus. Und der Drop einfach nur grün-läppischen Rubin. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Aber da ist was Hartes. Das dürfte eine Kiste sein. Genau. Mit 50 mysteriösen Muscheln. Die werden wir auch noch gebraucht. In Anführungsstrichen hier dürften ein rotes Glücksfragment drin sein. Sehr schön. Okay, es hat sich doch gelohnt. Hier reinzugehen. So, aber nach dem eigentlichen Gang, den ich suchte. Beziehungsweise suche. Den haben wir gerade nicht betreten. Denn ich hatte in Erinnerung, dass irgendein Glücksfragment eine Plattform errichtet hat. Die uns ermöglicht, in so ein Ding reinzugehen. In so einen Gelee-Gang. Aber wo war das? War das wirklich hier? Oder war das in der Nähe des Wassers einfach so? Weil schwimmen können wir ja leider eh noch nicht. Nee, nee. Ich glaube, es war in der Nähe des Wassers. Ich glaube, da sind wir hier falsch. Aber wie auch immer. Wir haben trotzdem rotes Glücksfragment nochmal hier in der Tabanta-Welt gefunden. Das war jetzt wirklich ein rein Nebenquest-Lächer-Part. Aber wir haben die zweite Herzleiste angefangen. Das ist sehr schön. Und volle Rubinzalamba. Da werden wir gleich mal hier zu unserem Haus hingehen. Und ich würde sagen, wir beenden den Part ganz klassisch vor unserem eigenen Haus. Und ich drücke zu auf die Ocarina. Ja, das wird sich im Verlauf des LPs noch ändern. Hier beende ich den Part schön auf dem Blumenfeld. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben viele Nebenquesten-Sachen gemacht. Unser Geldbeutel ist voll. Unsere Herzleiste ist fast voll. Uns fehlt ein halbes Herz. Kriegen wir die noch voll. Das sieht schön aus am Ende des Partes. Doch das Schicksal hat es nicht gut mit uns gemeint. Egal. Wie auch immer. Wir haben zwei volle Herzen wieder neu. Und das heißt, Vati muss sich weiter vorbereiten. Denn wir werden immer stärker, meine lieben Freunde. So sieht es aus. Die Nebenquesten bewirken was. Und damit bis zum nächsten Part. Ciao. 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 Ciao.